Was? Wer hat es mir doch gesagt vorher? Nein, wir ziehen wirklich um. Was ist das? Wir ziehen wirklich um. Wir ziehen wirklich um. Wir ziehen ins andere Haus rüber. Wir haben jetzt zwei Häuser, weil die Jungs halt bekommen. Wir ziehen ins andere Haus, weil das neue ist. Das habe ich schon gemacht. Das nehme ich einmal nicht. Okay, auf jeden Fall. Einfach drei Häuser weiter. Also einfach nur den Start zu machen. Los Andrés. Da kriegst du den Echt gehabt, mit der Rolle. Für das ist voll in den ganzen Gehirn. Das kann man ja nicht mitnehmen. Das kann man ja nicht mitnehmen. Okay, alles gut. Alles, oder? Also, wer sollte das essen? Nimm das mit, Chris. Da steht eh, du bist Schickner. Ja, safe steht da Chris oben. Da steht ganz klar Chris oben. Da steht ganz klar Chris oben. Okay. Can we walk as well? Can we walk as well? I really pull the, yeah. That's fine, that's fine. You can throw it out. You can use your whatever you think is good. Alright. Cool. Is this the same door code? Ah, I think so. I think I did make the same door code for you. Yeah, so it should be automatic. Do you fix it, Damon? I like it a lot better than ours. Is your smaller, bigger or not? Smaller, we only have one storey. Okay. And it's also not as modern. Furniture isn't as nice. I mean, I'm like, it's complaining on a really high level. I'll show you my guns almost. Where's my bed? Oh, not here? Here. My paradise. I'm going to switch it. I'm just going to switch it. It's not so much smaller. It's just that the bed here in the room is more on the wall than here. If you would put that bed on the wall, it would be almost as big as that. Do you want to wash your clothes? Also, like, rasize. Everything. You're going to have a long hair. 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 I thought... Yeah, they're going to stay back. You're going to have a long hair. I don't know. You're going to have a long hair. Klobrille anbrunzen. Yeah, brother. That's $300. That's $300. I'm sure. $300. Klobrille. But you'll never know that. I swear. Brother, I swear. I'm just kidding. I'm sitting on the seat. I can't. But you can also put it on the table. Right. 100. 100 Dollar. That would be more. 400 Dollar. Ich würde es immer so abenteuer heißen. Mach 500. Mach ein K. Was gibt es noch? Ah! Eine leere Müsli-Backung zurückstellen. Was kann man essen? Mario Kackstreifen. Das ist ja auch ultra widerlich. Kackstreifen. Okay, aber da hatten wir es schon. Ja, safe. Was hatten wir schon? Ja, Fuchse. Fuchse? Ja, ja. So ein Assi. Er hat den ganzen Lamm, da hat er noch gerade schon abgearbeitet. In zwei Tagen aber. Er hat das nicht raus, Bro. Kackstreifen. Wir machen einen Snitch-Bonus. 20 Dollar Bonus. Martino, unterschreibt das. Leo. Verschreibt du mich. Ja, jetzt freust du dich noch. Nachher zahlst du einen Tausender. Ich? Ja. Du, ich bin dir aufs einmal eh schon zahlst. Auf dem Monat. Ja, das stimmt. Wenn es um einen Hunderter geht, bist du. Aber was machen wir von der Balance? Keine Ahnung. Wir gehen irgendwo hin. Ja. Ja, okay. Anker Peach gab. Anker Peach gab. Anker Peach gab. Ganz klar. Sponserval. Jungs, ganz kurz, wenn ich noch fragen möchte. Das gehe ich noch überprüfen. Was ist ein Geschirrspüler? Das ist ein bisschen wie Abwasch-Geschirrspüler. Nein, Geschirr in den Geschirrspüler. Geschirr muss abwaschen, kein Geschirr. Ja. Wer soll das weg? Geschirrspüler. Snitchen 20 Dollar Bonus finde ich jetzt. Mit dem kann ich nicht überall einstimmen, wenn ich ehrlich bin. Oder man muss auch... Barthaare? Ja, Barthaare. Ach so, du meinst, wenn man sich rasiert. Ja. Dings, finde ich voll fein. Klobrille finde ich 100 Dollar zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Du kannst gar nichts laufen fahren. Kackschleifen. Hey, 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 hey. Du kannst gar nichts mit dem Arbeid machen. Ich bin etwa nicht auf meinem Arbeid. Ja, Marmur ist hier am Weg. Was? Gabi? Ja, wir lassen dich an... Okay. Okay, du hast dich zwei. Okay. Okay, Nowol. Okay, let's go. It seems like there is a special tournament, I don't know. So many people are here now, but this one is with the fast track, so if you put money on the account, then you can just click online and just download. Okay, you must know my card then, check them. Okay, see you later. I just needed a new card. That worked. Fabio and Leo. Uh-oh. Thank you. Thank you. Thank you. 2, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 1, 2, 1. Wie gemein? Die Cina hat, oder? Die Cina hat. Kann er, den nicht mit? Doch, klar. Was? Let's go. Die Cina hat gesagt, oder? Die Cina hat gesagt, oder? Die Cina hat gesagt, oder? Das ist ein deutscher Alter. Ja, relax. Ey, yo. Du 1 zu 1. Hier ist es. Nice. Cooler. 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 Von 65 auf 100. Wie geht's? Ich habe 100 irgendwas. 1? Jetzt vielleicht hab's gar nicht. 51er. 51er. Ja. Ja. Du, schade am Schluss. Ja. Aber... ...machst du nicht mit den Füllen. Du hast eh die Füllen, außer du bist. Hm. Die Kreuzung. Ja. Ja. In 2 Minuten geht's. Ja. Ja. Was machst du jetzt, Q? Da ist der 1, ne? Ich mach 1. Guten Morgen. Good luck. Ciao. Ciao. Sorry, Jungs. Damon, ciao. Ciao. Q, ciao. Macht was schon. Oh my god. What the... Are you recording? Was? We say danke. Danke. Bitte. Ja. Super. Ich möchte erstmal gucken, dass meine Wildnis und meine Winger reicht. And you think that's gonna help you? We're gonna suck. Aber dann gehst du praktisch mit der Haltung weiter nach hinten. Ah, ja, ja, okay. Du knickst praktisch mit der Haltung weiter nach hinten. Du knickst nur ab, aber dann gehst du wieder wieder straight.